Okay, das ist eine ungerade Zahl, jetzt hole ich noch eins, weil sonst haben wir nur 13 und da kriegt man einen Monk. Okay, Monk, Monk halber. Monk halber. Monk halber musst du das machen. Genau. Magst du eigentlich die Serie Monk? Boah, ich habe, glaube ich, mal eine oder zwei Folgen gesehen, ich fand das ganz okay, aber jetzt nicht so. Ich finde das total witzig immer. Echt? Da fällt mir übrigens was ein. Was denn? Was mich in den letzten Tagen schwer beschäftigt hat. Ja. Und das ist die Frage, wie man eigentlich so krass Fan von irgendwas sein kann, dass man, ja weiß ich nicht, dass das so das Leben schon fast beeinflusst und man nur noch irgendwie, ja, dafür lebt. So zum Beispiel diese ganzen Sherlock-Fans. Ja, das ist ja nicht negativ gemeint und Sherlock ist ja auch eine tolle Serie, aber wie kann man da so sehr Fan von sein? Und das so unglaublich abfeiern, dass man den ganzen Tag nichts anderes mehr macht, als das zu gucken und sich, ja, darüber zu twittern, da Bilder anzugucken? Weiß nicht. Nein! Nein! Ja, also ich muss aber sagen, ja, ich verstehe das auch nicht, also gut, man kann ja mal drüber twittern und so, aber ich verstehe das jetzt auch nicht wirklich, dass man dann nur noch sowas macht. Nee, irgendwie verstehe ich das auch nicht so wirklich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich weiß gerade nicht, woran das liegt, aber die Qualität vom Skype-Gespräch ist gerade nicht so, Tutti. Okay. Also, ich hab nichts gemacht. Müssen wir mal eben, scheiße, kurz abwarten. Ja. Also, bei mir ist, also ich werde auch nicht anrufen oder so. Ja, weil ich höre dich nämlich ganz... Oh! Ah, ich glaub, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, jetzt ist wieder alles Tutti, okay. Mal schauen, bin ich gespannt, ob man das auch in der Aufnahme dann so hört. Ja, denke ich mal, dass man das, aber wie gesagt, war jetzt nur ganz kurz. Okay. Damit sollte man wohl leben können. Ja, mal geht sowas schon. Wah, Hilfe, Hilfe. Scheiße. Gott, ey. Oh Gott, jetzt Konzentration. Hier gibt's gleich zwei Wege. Da unten ist das Schlüsselloch. Ah, ich glaube... Ich weiß nicht, wie viele sind hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werd erstmal den normalen Weg machen. Ich komm nicht drauf klar, wie viele hier sind. Ich auch nicht. Kann ich da rein? Oh Gott, Hammerbruder mit... Hammern. Mann, no. Oh Mann, du warst so gut. Scheiße. Jetzt muss ich gleich rein. Oh Gott. Aber ich glaube, ich hab den Mittelpunkt. Ja, das stimmt. So, jetzt geb ich dir mal Leben. Äh. Aber guck mal, wir sind eigentlich schon ein bisschen vorangekommen. Wir haben schon drei, vier Level geschafft. Das stimmt. Wir sind voll gut. So. Ha. So, und jetzt muss ich. Ja, Mittelpunkt. Äh. Äh. Hui. So. Ich nehm jetzt... Ah, ne Feder. Huh. Ja. Oh, jetzt kommen die Ganzen. Ach, warum? Warum? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh nein. Ich wollte den Pilz. Ich mag Pilze. Ich mag Champignons. Ich mag diese kleinen Raupenviecher. Die sind so süß, aber... Weiß nicht. Eine Freundin von mir, die hat einen Yoshi tätowiert. Echt? Ja. Voll süß. Oh Gott. Kommt alle her. Ich wirbel euch alle weg. Ja, dich glaube ich. Ach doch, dich auch. Wow. Das ist super. Komm, komm, komm. Guck mal, wie süß die sind mit der Blume. Hey, warum... Hey, den konnte ich nicht wegwirbeln. Das war gemein. Und jetzt bin ich wieder klein und hier kommen die ganzen 100 Viecher. Aber ich glaube an dich. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So. Schön an den Hammerbruder da vorne denken. Ich finde das voll witzig, wie die einen Dinger da... Oh Mann. Boah, das hat noch eins kaputt gemacht. Aber doof. Oh Mann, ey. Das war ja wirklich... Oh, das war jetzt hier gerade so ein bisschen... So ein werter Tod. So... Ah, Stern. In den Tod gerannt. Ja. Erstmal schön... Wah. Ach, komm, ey. Blume. Warum konnte ich jetzt den einen vorhin so wegwirbeln? Guck mal, bei dem geht das, aber bei dem vorhin nicht. Bist du da zuerst vielleicht draufgesprungen? Nee, aber... Ich mach's jetzt lieber so. Komm, 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 komm. Ah. Scheiße. Das verstehe ich nicht. Und jetzt tötet mich gleich wieder der Hammertyp. Der ist voll Hammer. Kannst du da eigentlich rein? Weiß ich... Oh, warum? Da rechts war das Ziel. Ach, scheiße. Das ist ja echt... Oh. Oh Gott, ich hab Angst. Dillillipidim. Wow. Sehr, sehr gut. Yeah. Sehr, sehr gut. So. Okay. Feder. Okay. So geht es. Okay. Einfach so... Ja. Oder so geht's auch. Ah. Ah. Wuh. Scheiße. Wuh. Oh, Mann. Wuh. Oh, Mann, ey. Brauchen wir schon wieder eine Tagesfrage? Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir die andere jetzt drin hatten. Wir können ja mal eine stellen, wenn dir eine einfällt. Ähm, wenn ich da die Äpfel so sehe. Mögt ihr Obst? Mögt ihr Obst? Welches Obst mögt ihr am liebsten? Fällt mir ein, da hab ich auch letztens in Minecraft drüber geredet, ey. Echt? Über Obst? Über Obst, ja. Weil da hab ich Wassermelonen abgebaut. Boah, Wassermelone hab ich schon so lange nicht mehr gegessen. Ich hab letztens mir eine gekauft, aber die war jetzt noch total hell und so. Also war noch nicht so geil. Ah. Mein Frustrationslevel ist gleich schon wieder... Ja, wir können ja dann auch echt einfach... Was schritten. ...verschritten, oder so. Ja. Oh. Boah, du lebst ja noch! Ja. Na toll. Nur wegen dem Vieh, jetzt toll. Das war jetzt nicht so gewollt. Mein Frustrationslevel steigt auch. Komm, wir machen jetzt einfach noch, bis wir hier wieder keine Leben mehr haben. Und dann mal gucken. So, Feder. Was ist dein Lieblingskaugummi? Ähm, die lilanen Airwaves. Hm. Gut. Und deins? Ähm, diese Wrigleys Extra. Boah, die hab ich schon ewig nicht mehr gegessen. Ich hab mir da letztens so eine Dose gekauft. Ähm, da war nämlich so ein Donut, äh, so ein Donut, so ein Pinker dabei. So ein Schlüsselanhänger und den brauchte ich. Den brauchtest du dringend? Ja. Den hab ich gebraucht. Ich hab früher immer super gerne, huah, ähm, Juicy Food gegessen. Kennst du die noch? Ja, aber die mag ich gar nicht. Echt nicht? Ich hab's geschafft, aber die waren doch voll lecker. Nee, die mochte ich nicht. Was? Mochte du mal Big Red? Nein, die mochte ich nicht. Nee, Juicy Fruit mochte ich irgendwie nicht. Äh, da wird mir immer voll schlecht, wenn ich den Geruch rieche. Boah, ich glaub, die kauf ich mir immer wieder. Okay, und ich bin Big Red. Big Red. Beim nächsten Lulu-Schwestern-Treffen. Genau, genau. Aber das müssen wir auch mal planen, ey. Ja. So, Wasserlevel. Oh Gott. Pass auf, runter. Gut. Runter, runter. Und hoch. Und, ja. Ah. Ah. Oh, Mann. Das war doch so gut. Ich war grad schon so ein bisschen stolz. Mann. Äh, es war gut. Der Anfang war doch echt gut. Aber bisher macht der Level Spaß. Bisher. Oh, ich mag das gar nicht hier mit dem Schwimmen und... Das kann man immer alles so schlecht kontrollieren, irgendwie beim... Bei der Steuerung. Oh Gott. Ja, das... Oh Gott. Einfach hoch, einfach hoch. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh Gott. Oh Gott, die kommen ja. Kommen sie, kommen sie. Hm. Um das nochmal eben aufzugreifen, was? Kann ich hier nicht einfach am Rand? Oh doch, da ist was drin. Schnell. Oh Gott. Oh Gott. Leute, zählt mal... Macht mal einen... Oh Gott, Counter. Ich sag das echt total oft, auch in meinen anderen Let's Plays. Immer wenn irgendwas ist, sag ich, oh Gott. Oh Gott. Ach, diese... Diese Fische sind doof, die so schlafen und dann wach werden. Die kommen einem nämlich so ganz doof hinterher. Oh Gott. Oh Gott. Ich schaff das. Oh Gott, ich schaff das. Oh Gott. Beruhigende Musik. Ja, das stimmt. Also es ist jetzt mal echt so ein bisschen beruhigend. So ein bisschen wie Ariel. Ja, ne? Oh, Ariel. Wir müssen auch Amelie weiterschauen. Ja. Kennt ihr die farbehafte Welt der Amelie? Schreibt es doch in die Kommentare. Den kennen wahrscheinlich fast alle. Obwohl, nee. Ah, es ist aus einer anderen... Ist eine andere Generation und... Ja, schon. Hui. Wow, krass. Der war aber relativ kurz, oder? Ja. Das. Ich finde das immer so süß, wie er das Peace-Zeichen macht. Ja. So, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Unglaublich. Du hast voll den Run. So. Ach, das ist doof. Die Bomben zerplatzen irgendwann. Kann ich da rein? Weiß ich nicht. Boah. Boah. Wow, gut. Weiter. Pass auf, die Bombe explodiert gleich. Geh da nicht hin. Gut. Genau, jetzt kannst du ja nochmal zurück und da den Yoshi oder was auch immer holen. Gute Idee. Ja, Yoshi. Ja, Yoshi. Äh, komm her. Gut. So, wieder ein bisschen. Oh. Oh. Oh, Mann. Ich will nicht laufen. Springen. Springen. Yeah. Oh, gut, gut, gut. Weit springen. Weit. Nein. Ich wollte weit. Bis. Ach, naja. Ich bin tot. Ich glaube, ich habe auch nur noch drei Leben oder so. Und danach können wir dann echt. Ach, ich habe noch vier. Dann gebe ich dir noch zwei. So. So. Und dann mache ich das hier auch mal. Also, die Musik mag ich ja echt, aber die ist auch teilweise immer so hektisch. Bringt mich voll aus dem Konzept. Ich werde halt dann echt so wahnsinnig, wenn man dann halt einfach wirklich, ähm, wirklich total am Absicht. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Aber hier kriegen wir Leben, aber die wir gar nicht wollen, weil wir eine Aufnahmepause machen wollen. Ist ja auch toll. Naja. 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 Nein, vielleicht wird es ja noch. Mir hat man letztens gesagt, ich soll öfter singen in meinem Let's Play, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich noch nicht mal gut singen kann. Ja, aber mach das doch. Gut. Dann mache ich das. Ja, sing doch einfach mal. Jetzt so? Ja, ja. Also. Ähm. Ja, ähm. 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 Ich bin... Ich möchte ein Glücksbärchi sein. Ich möchte ein Glücksjana sein. Das wäre wunderbar. Eine Glücksjana sein. Das ist doch sonnenklar. Ich weiß noch, wo du mit Yuga den Stream gemacht hast. Weißt du das auch noch? Oh Gott, da habe ich... Oh Gott, dieses Over the Rainbow. Genau, das habt ihr da gesungen. Das war sehr lustig. Und Yuga hat dazu Gitarre gespielt, glaube ich. Oh Gott, mir war das so peinlich. Ach, das war cool. Oh. Oh. Ich fand's gut. Ja. Ja. Na ja. Nun ja. Oh krass, wie viel man da holen kann. Oh, ich will hier einfach nur durchrennen. Am liebsten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Was zur Hölle tue ich hier? Oh mein Gott. Oh Ziel. Oh mein Gott. Nicht sterben. Oh Gott. Boah, mir ist so warm. Er ist unglaublich. Echt. Schau, das war, weil ich gesungen habe. Ja. Deine liebliche Stimme bringt mich dazu. das hier zu schaffen. Ist das schon der Endgegner? Nein. Hm. Da kommt ja erst noch dieses Schokoladen-Dings und dann kommt der Endgegner. Jetzt kommt erst mal so ein blödes Geist. Das ist klar. Ich muss da wieder rein. Bleib da, bleib da. Oh, ja. Ja. Nee. Ich bleib da nicht. Oh, jetzt hab ich wieder sechs Leben. Wir wollten noch eine Aufnahmepause machen. Aber können wir auch gleich einfach so machen. Die haben wir wahrscheinlich eh gleich weg, die Leben. Boah ey. Boah ey. Boah ey. Ikke Geister ey. Da oben ist eine Tür, okay. Einfach durchrennen, einfach durchrennen. Ich mein, wenn's so gut läuft, am Ende, kriegen wir gleich nochmal einen Level, also so, wäre ja coolie. Ja. Oh, ein Pilz. Magst du Pilze? Ja, natürlich. Mir hat mal ein Kumpel gesagt, Pilze möge, ähm, wer Pilze, ähm, wer Champignons mag, der vergewaltigt auch Kinder. Voll nett. Das ist echt sehr nett. Aber der ist sehr, wie soll man sagen, der hat, der ist sehr, das ist so ein typischer, meine Meinung ist die beste. Ach so, okay, ja, dann. Aber ich hab ihn trotzdem lieb. Witzigerweise heißt er Miezi. Mieze. Mieze? Und das ist ein Typ? Ein Typ, ja. Scheiße. Oh mein Gott. Nein! Nein! Oh. Da ist schon ein Punkt erschienen. Wo ist ein Punkt erschienen? Äh, rechts daneben. Ich weiß nicht, ob wir dahergekommen sind. Ach so, dreh dich um. Ach so! Ja, weil die, diese komischen Geister, die kommen, wenn... Wenn ich schaue. Ja, ja, wenn du denen den Rücken zudrehst, dann kommen die. Ach so. Okay. Na gut, wir haben es ja eh gleich und es sind beide Game Over, von daher. Ja. Clay Over. Wir haben kein Clay mehr. Clay Over. Das ist ja tricky. Oh, das ist jetzt tricky. Ich hasse auch diese großen Geister, ich hasse alles eigentlich. Und jetzt kommen wieder die Leute. Boah, da hatten wir welche. Also du hast die Kommentare ja nicht gelesen, ne? Ähm, nee, also nicht alle halt immer. Also da waren dann Leute in den Kommentaren, die sich aufgeregt haben, weil wir gesagt haben, wir mögen die und die Tiere nicht. Ach, das hast du schon mal erzählt, ja. Och, und weil wir das Wort gesagt haben, hassen. Also von wegen, wir hassen Spinnen oder so. Und dann haben die sich aufgeregt. Und wir Menschen, dass man sich als Mensch ja für was Besseres halten würde, als die Tiere sind. Und ja, so kennt man ja, ne? So typische... Klugscheißer. Ja, nicht klugscheißer, auch so Moralapostel und blaa. So total ätzend. Ja, sowas rückt mich auch immer auf. Aber der kann jetzt leider nicht mehr mitgucken, die Videos. Also er kann sich schon noch... Ich glaube, hier war das gar nicht. Er kann sich schon noch gucken, aber... Ja, doch. Oh, cool. Oh Mann, geil. Aber er kann nicht mehr kommentieren. Aber er kann nicht mehr kommentieren. Ist ein bisschen schade für ihn vielleicht auch. Für mich nicht. Naja, ist ja egal. Man darf ja solchen Leuten gar keine Plattform oder Möglichkeit überhaupt bieten, eigentlich. Ja, ist wirklich so. Aber manchmal... Oh, wir haben gespeichert. Wir haben gespeichert. Sollen wir eine Aufnahmepause machen? Können wir ja machen. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ja, tschüss. Tschüss.